Hey, hier ist Stefan Teska von Neustadt Kiel. Ich würde gerne die Estriko zur Verfügung stellen von der Heimatverein FC Twente. Ich verbinde es mit sehr viel Herzen und Leidenschaften. Ich habe es mit viel Stolz immer getragen, weil ich da groß geworden bin. Und ich hoffe jetzt einfach, dass es einen Beitrag dazu leistet, Kindern oder auch Familien in Not zu helfen. Und ich freue mich darüber, dass wir als Sport-Totalfamilie da unseren Beitrag leisten können. Bleibt gesund!